Heute zeige ich euch einen Trick, wie man mit dem Rasenmäher Laub weg macht. Das Mehlwerk ganz runter stellen auf 20 mm und dann einfach ganz dicht übers Laub fahren. Das Rasenmäher sammelt alles auf. Wollt ihr mal sehen? Musik 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 Da nimmt richtig was weg. Der ganze Laub ist in diesem Laubsach. Musik Guck mal, Mati. Noch mal so einen Haufen. Musik 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 Musik